WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 1 zu 0, Fabian Schwerland, was für ein Ding oben links in den Winkel. Da kommt der Flankenball in die Mitte, Kopfballverlenkung aufs lange Eck, vielleicht die Chance zu schießen, der kommt, Nachstoß nochmal, TORN! Jawohl, jawohl, und es ist der Bobbeuer, das ist der Bobbeuer, ich werde wahnsinnig, ich würde es richtig sehen. Martin Dausch, 2 Mann vor, Martin Dausch will legen, spielt ihn rein, jawohl spielt er denn hin? Aber noch reingeköpft, der Ball, nochmal Schussgelegenheit vielleicht, aus der zweiten Reihe! Ja! 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 Und der MSV gewinnt wird 3 zu 2, Und das ist der Big, Big, Big Puls!